Priester und eine Nonne befinden sich auf einer Reise in den Alpen. Auf ihrer Reise werden sie von einem großen Schneesturm überrascht. Sie können sich aber glücklicherweise bis zu einer Hütte durchkämpfen. Dort angekommen bereiten sie sich für die Übernachtung vor. Es gibt sogar einen ganzen Schrank voll Decken und einen Schlafsack, allerdings nur ein Bett. Als Gentleman weiß der Priester natürlich, was sich gehört und sagt zur Nonne, Schwester, schlafen sie im Bett. Ich nehme den Schlafsack. Ein Grade hat der Priester den Reißverschluss des Schlafsacks und die Augen geschlossen, da tönt es aus dem Bett. Vater, mir ist kalt. Der Priester befreit sich aus dem Schlafsack, greift eine weitere Decke und breitet sie über der Nonne aus. Dann mummelt er sich zum zweiten Mal in den Schlafsack und beginnt, wieder in das Reich der Träume zu gleiten. Noch einmal ist zu hören. Vater, mir ist noch immer kalt. Die gleiche Prozedur, der Priester kriecht aus dem Schlafsack, breitet noch eine weitere Decke über der Nonne aus und legt sich wieder schlafen. Gerade hat er seine Augen geschlossen, da sagt sie erneut, Vater, mir ist ja so kalt. Dieses Mal bleibt der Geistliche, wo er ist und antwortet, Schwester, ich habe eine Idee. Wir sind hier oben von der Außenwelt abgeschnitten und keine Seele wird jemals erfahren, was sich heute Nacht hier abgespielt hat. Er grinst dabei schelmisch und fügt hinzu, wir könnten doch einfach so tun, als wären wir verheiratet. Die Nonne hat insgeheim hoffnungsvoll schon darauf gewartet und haucht, o j a a a, das wäre schön. Darauf brüllt der Priester, dann steh, gefälligst auf und hol, dir deine scheiß Decke selbst mit Atapol an Umfragen teilnehmen und Geld verdienen.